Ich komme aus Deutschland, aber gerade bin ich in Namibia zwei Jahre. Ich gehe in die Kreativitätsgrundschule Berlin in Deutschland und hier gerade gehe ich in die DAPS. Ich spiele seit fünf Jahren, seit ich fünf Jahre alt bin, Geige. Beim Konzert hat mir gefallen, dass man nicht alleine spielt, sondern dass immer Leute da sind. Und mein Lehrer von der Musikschule hat mich dann überzeugt, dass ich ein Instrument spielen kann. Und das war halt geil, ne? Ich finde es toll, zusammen zu spielen mit anderen Leuten. Ja, das hat mir am Konzert gefallen.